Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im neuesten Video. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und spreche heute mit dir über die Frage, sollte man nach einer Trennung noch Kontakt haben? Ist es sinnvoll, kontraproduktiv oder was ist das Beste nach einer Trennung? Ja, wenn du dieses Video gerade anschaust, bist du vielleicht genau an diesem Punkt, am Ende einer Partnerschaft. Und du stehst vor dieser schmerzlichen Frage, soll ich noch Kontakt halten zu ihm oder zu ihr, oder ist es Zeit, komplett loszulassen? Und du fühlst dich innerlich zerrissen. Es gibt einerseits dieses Gefühl von, ich brauche Abstand, ich brauche meine Ruhe, ich kann das Ganze nicht mehr. Aber auch genau so ein Anteil an dir, der sagt, hey, aber ich will doch irgendwie noch den Kontakt haben. Da ist doch irgendwie noch Liebe da oder der Wunsch, irgendwie den anderen nochmal zu hören oder vielleicht befreundet zu bleiben. Ein Mensch, mit dem du vielleicht so viel Zeit in deinem Leben verbracht hast, den kannst du doch nicht einfach so gehen lassen oder aussortieren aus deinem Leben. Und du stellst dir genau diese Frage, sollten wir noch Kontakt haben oder was ist jetzt das Sinnvollste nach einer Trennung? Ich kann dir schon mal vorweg sagen, dass ich dir keine Pauschalantwort auf diese Frage geben kann, sondern wir müssen auch das wieder genauer differenzieren und genauer anschauen. Was hier erstmal der wichtige Punkt ist, man kann nicht einfach sagen, das Beste ist, ihr habt keinen Kontakt mehr oder das Beste ist, ihr habt noch Kontakt, sondern es kommt ganz individuell auf eure Beziehungssituation an und auch auf eure Trennungssituation. Und deswegen ist nicht die wichtigere Frage, sollten wir noch Kontakt haben oder nicht, sondern die Frage, was ist mein Antrieb, den Kontakt zu halten und was ist mein Antrieb dahinter, den Kontakt abzubrechen? Das ist ein wichtigerer Punkt, wo wir hinschauen müssen. Das heißt, es kann sein, dass ich eigentlich den Kontakt nur halten möchte, weil ich nicht komplett loslassen will. Also das heißt, immer noch mit so einem Fuß in der Tür bleiben. Das heißt, ich will irgendwie mir das noch offen halten, noch warm halten und bin ich bereit, voll und ganz in diesen Abschied zu gehen, in diesen Trennungsschmerz. Und das kann auch häufig dich dann auch blockieren, irgendjemand Neues in deinem Leben kennenzulernen. Also wenn die eine Beziehung nicht richtig abgeschlossen ist, nicht richtig verarbeitet ist, kann häufig kein Platz sein dort für einen neuen Menschen in deinem Leben. Das ist der eine Aspekt. Und dann gibt es auch meistens häufig in der Trennung eine unterschiedliche Dynamik. Es gibt häufig zum Beispiel denjenigen, der sich trennt oder diejenige, die sich trennt und der andere, der verlassen wurde und dann noch die Beziehung möchte. Das heißt, da ist auch man häufig noch mal prädestinierter zu sagen, ja, du willst da nicht mit mir zusammen sein, aber wenigstens noch ein bisschen Kontakt haben. Und das kann auch für den anderen ganz gut sein, dass er dich auch nicht ganz gehen lässt, sondern dich auch noch so ein bisschen an der Angel hat. Das heißt, ihr müsst schauen, ob dieser Wunsch nach Kontakt nicht ein Teil eurer ganzen Beziehungsthematik ist. Und dadurch der eine weiterhin der Bittsteller ist, der andere der bestimmenden Beziehung. Also ob das sich stimmig anfühlt oder nicht. Der andere Punkt, warum aber Kontakt noch sinnvoll sein kann, ist, wenn die Beziehung eigentlich noch gar nicht abgeschlossen ist. Das heißt, ihr habt euch getrennt, ihr seid erstmal auf Abstand gegangen, aber vielleicht ist es noch gar nicht das Ende eurer Beziehung an der Stelle, sondern es ist häufig, dass wir gerade, wenn wir so Abstand haben zu erinnern, nicht mehr fest sind, nicht mehr fest in dieser Beziehung sind, dass häufig dann ein bisschen wieder mehr Luft, mehr Raum entsteht, wo man nochmal neu auf das Ganze blicken kann, nochmal neu sich begegnen kann und wirklich gucken kann, wollen wir final diesen Schritt gehen oder ist da doch noch genug Liebe da füreinander, doch noch genug Kapazität zu sagen, nee, wir wollen es miteinander probieren, wir wollen schauen, wo unsere Themen sind, wir wollen einen Weg miteinander finden, wir wollen uns gemeinsam entwickeln. Natürlich kann an der Stelle dann noch Kontakt wichtig und sinnvoll sein, wenn beide sich beide unterstützen, in diesem Trennungsprozess zu gucken, okay, wie geht's dir, was macht das mit mir. Aber das ist oft so die gesündere Version, die halt aber in den seltensten Fällen stattfindet, weil warum trennen wir uns? Wir trennen uns, weil wir es einfach miteinander nicht mehr gepackt haben, weil es einfach zu viel wurde, das, was wir ineinander ausgelöst haben, zu viel wurde und deswegen ist es dann häufig, dass wir merken, okay, an der Stelle ist es vorbei, es geht nicht mehr weiter. Und wenn wir diesen Punkt bemerken und spüren, es geht hier nicht mehr weiter, ich will auch gar nicht mehr mit dem anderen zusammen sein, dann, muss ich wiederum sagen, ist eine Trennung, ist nach einer Trennung sehr, sehr wichtig, keinen Kontakt mehr miteinander zu haben. Wirklich den anderen erstmal aus seinem Leben auszuschließen. Und da kann auch so viel Freundschaft noch da sein, so viel Liebe und so weiter, das mag alles sein, aber für eine wirkliche Heilung dieser Beziehung braucht es in meinen Augen fast immer erstmal eine längere Phase ohne Kontakt, wo man nichts mehr miteinander zu tun hat, wo man nicht ständig wieder mit dem anderen in Kontakt kommt, weil was passiert dadurch? Es wird immer wieder innerlich alles aufgerissen. Man findet dort wieder mal ein Bild von dem anderen, man hört mal wieder was von dem anderen, man hat mal wieder Kontakt, man spricht vielleicht wieder kurz und boom, reißt wieder alles auf. Wir können das vergleichen mit einer Wunde. Das heißt, wenn ich eine Wunde am Körper habe, muss sie ruhen. Wenn ich eine Wunde will, dass sie heilt, dann fasse ich sie nicht an. Dann versuche ich nicht ständig daran, was zu tun, sie zu behandeln, zu machen, sondern da kann es erstmal wichtig sein, dass Ruhe da ist, dass diese Wunde für sich sein darf und nicht die ganze Zeit von mir angetatscht wird. Und so kann man es auch übertragen auf eine Trennung. Es kann wichtig sein, dass ihr beide erstmal Raum für euch habt, nicht den anderen hört, nichts mit dem anderen zu tun habt, nicht den anderen seht, sondern wieder ganz bei euch ankommt, wieder realisiert, wer bin ich eigentlich, wer bin ich ohne diese Beziehung, wer bin ich ohne ständig angetriggert zu werden von dem anderen. Und dann kann es sein, dass du wirklich in einen Abschlussprozess kommst, in einen Trennungs- und einen Loslassprozess. Und ich sage nicht, dass man dann nie wieder Kontakt haben darf. Also dann kann es trotzdem gut sein, dann nach vielleicht ein oder zwei Jahren so in dem Dreh, vielleicht wieder mal aufeinander zuzugehen. Und dann kann auch sogar eine Freundschaft entstehen aus einer früheren Partnerschaft. Das ist auf jeden Fall eine Option. Aber dafür muss wirklich Zeit vergehen, sodass man sich neu begegnen kann. Eben nicht als zwei Menschen, die vor kurzem eine Beziehung geführt haben, sondern zwei Individuen, die sich nochmal neu kennenlernen können und vielleicht nochmal auf einer freundschaftlichen Ebene kennenlernen können. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn wir wirklich merken, die Trennung ist fix, es geht hier nicht weiter, ist es wichtig für einen längeren Zeitraum, keinen Kontakt miteinander zu haben. Aber nochmal, ich bin nicht der Freund von Regeln. Und dass man das einfach so anwendet und so überträgt und einfach so macht. Sondern egal, für was du dich entscheidest. Es ist immer wichtig dabei, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, den Antrieb zu prüfen. Warum kontaktiere ich den anderen? Warum will ich von dem anderen hören? Warum wende ich mich vielleicht komplett ab von dem anderen? Auch das, darin kann eine Thematik stecken. Ich will nie wieder irgendwas von dir hören. Und da kann es auch manchmal wichtig sein, doch nochmal sich damit auseinanderzusetzen. Welcher Schmerz ist eigentlich da? Was war eigentlich die Situation für unsere Trennung? Und das nochmal zum Abschluss ist mit das Wichtigste, wenn wir an so einen Punkt in einer Beziehung kommen. Ich brauche, dass ich durchschaue, warum haben wir uns getrennt? Was ist die Kapazitätsgrenze, die Sackgasse, die wir miteinander erreicht haben, wo es nicht weiterging? Was war mein Anteil daran? Was war dein Anteil daran? Das ist mit einer der wichtigsten Fundamente für Trennungsverarbeitung. Das vergessen so viele. Es geht nicht nur darum, Abstand zu haben, alle Bilder zu verbrennen, irgendwelche Rituale zu machen, den anderen zu blockieren oder sowas. Das sind von mir aus manche ein paar Aspekte davon. Nein, das Wichtigste ist, ich muss im Kern durchschauen, wie ist das zustande gekommen? Was ist da eigentlich passiert? Weil wir dadurch wieder eine Selbstverantwortung entwickeln und so eigentlich wirklich die Beziehung verarbeiten können. Es geht halt immer nicht nur darum, emotional das zu verarbeiten oder emotional Abstand zu kriegen, sondern auch wirklich zu durchdringen, was ist da passiert? Und da haben die meisten Menschen Mühe. Das heißt, auch da, wenn du merkst, ich will wirklich meine Trennung als Entwicklungschance sehen und ich will wirklich heilen und ich will wirklich das durcharbeiten, damit sich nicht das Gleiche wieder re-insigniert, kann ich dir nur als Herz legen, such dir Unterstützung. Ob jetzt bei mir oder bei wem auch immer. Wenn du Unterstützung möchtest in einem Beziehungscoaching, findest du alle Infos dazu auf www.emanuelerg.com.coaching. Also, zum Abschluss kann ich dir, wie gesagt, nochmal wiederholen, mach dir daraus keine Pauschalregel, sondern guck, was für dich stimmig ist. Und auch so wie die Trennung ein Prozess ist, so kann auch dieser Kontakt oder der Kontaktabbruch ein Prozess sein. Es muss nicht von einem Tag auf den anderen sein, sondern man kann sich da ausprobieren, man kann sich da Zeitlimits setzen, dass man sagt, okay, jetzt mindestens mal zwei Wochen nicht, dann können wir gucken, wie es sich dann wieder anfühlt. Aber das Wichtigste ist, hör auf dich. Was ist für dich stimmig? Was ist für dich möglich? Was fühlt sich für dich gut an? Du bist die höchste Autorität in dem Ganzen. Und versuch, dich da nicht zu übergehen. Und besonders versuch nicht festzuhalten an einer Beziehung, die vielleicht schon lange, lange vorbei ist. Und wo es einfach an der Stelle nicht weitergeht. Sondern wo es wichtiger sein kann, diese Trennung zu verarbeiten und so Platz zu machen für jemand Neues in deinem Leben. Also, ich freue mich, wenn ich dich vielleicht auf diesem Weg begleiten durfte. Ob durch dieses Video oder vielleicht auch eines Tages mal persönlich. Ansonsten wünsche ich dir für die jetzige Zeit viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, gerade für diese Trennungszeit. Und ich verspreche dir, dass du eines Tages darauf blicken wirst und merken wirst, okay, das war vielleicht genau das Richtige.